ja lieber husch als kusch kusch ist das thema heute also ich bin ja ein mensch der nach dem motto lebt wie so ein insel volk auf irgendeiner pazifischen insel weiß jetzt nicht mehr welche man liegt den ganzen tag in der hängematte und dann macht man initial schrei springt auf und macht dann liegen gesamten die gesamte arbeit das alles fertig ist und das essen besorgt ist ist dann was und legt sich wieder auf die hängematte ich habe auch keinen bock mich irgendjemandem unterzuordnen keinem chef in keinem gar nichts weil ich der meinung bin dass das nicht zielführend ist die meisten menschen sind viel zu egoistisch und wollen einen die ganze zeit nur aufdrücken was sie für einen plan haben und macht machen einen dann noch runter dafür wenn man irgendwelche eigenen ideen hat und das ist mir echt zu blöd dieses macht spielchen von daher mache ich das eben lieber so und husch ein bisschen durch die gegend und improvisier frei und es kann auch sein dass da mal was kaputt geht es kann auch sein dass mal irgendwie was nur halbfertig wird weil ich einfach ein bisschen zu schnell bin oder was noch nicht ideal ist aber dann entwickle ich das halt weiter beim nächsten mal und ich finde das auch nicht schlimm ja weil es bringt mir auch nichts wenn irgendjemand mich die ganze zeit stresst und unter druck setzt weil dann kann ich mich nicht konzentrieren und dann mache ich noch mehr fehler und deswegen brauche ich das nicht und das werde ich auch nicht akzeptieren von niemandem und ja also dann lebe ich wirklich lieber als obdachloser irgendwo auf der straße als als mich da irgendwie unterbuttern zu lassen von irgendjemandem also das könnt ihr gerade vergessen